Bei der vergangenen Stadtverordnetenversammlung wurden Gebührenanpassungen beschlossen. Im Jahr 2024 werden die Abfallgebühren leicht gesenkt, basierend auf einer Neukalkulation unter Berücksichtigung der Entwicklungen. Konkret bedeutet dies, dass die Gebühren für die Leerung der Restabfallbehälter im kommenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Zum Beispiel kostet die 14-tägige Entleerung eines 60 Liter Restabfallbehälters 99,32 Euro pro Jahr im Vergleich zu den bisherigen 100,62 Euro. Die Nutzung der Wertstoffhöfe ist weiterhin kostenlos. Auch die Gebühren für die von der Stadt Cottbus durchgeführte Straßenreinigung und des Winterdienstes werden sich 2024 verringern. Die Gebühren für das kommende Jahr wurden kalkuliert, zudem kann eine Senkung der Gesamtkosten verzeichnet werden. Gründe dafür sind geringere Kraftstoffpreise bei der Beauftragung Dritter für die Straßenreinigung im Jahr 2024 im Vergleich zur Kalkulation von 2023. Das ermöglicht die Senkung der Reinigungsgebühren, von der die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr profitieren werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017